Wie man hier sehen kann, sieht man wieder nichts. Es ist komplett neblig und ich bin wieder ein bisschen an der Donau unterwegs. Absolut tote Hose heute, auch kein Schwanz da bei dem Wetter, was natürlich auch ein menservorteil ist. Ja Freunde, servus dem allen und grüß euch, die Burm. Ja, wie ihr schon an den Eingangsbildern sehen konntet, ich bin wieder an der Donau herunten. Das Wetter ist ja mehr als bescheiden. Aber ja, ich möchte eine Kleinigkeit schauen. Bis zu meinem Lager werde ich wahrscheinlich nicht gehen. Werden wir vorher in den Dickicht ein bisschen Schutz suchen und da ein bisschen die Zeit verbringen. Ja, in dem Sinn, gehen wir es halt einmal an. Schauen wir, was wir sehen. Ich werde auch bei den Temperaturen nicht allzu weit gehen. Es ist wirklich eisig kalt. Na ja, mal schauen. Ich habe auch heute wieder nur kleines Gepäck dabei. Die Solanjagd, denke ich eigentlich. Der sollte ja reichen. Aber die Stimmung ist natürlich hier bei diesem Wetter auch nicht schlecht, so richtig mystisch. Ja. Aber hier herunten Peitsch, da horen sich der Wind durch. Das zieht natürlich ordentlich. Ja, wir haben es an die 1 Grad plus circa. Mehr sind es nicht. Ja. 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 Bei der schönen Wurzel hat sich schon wieder ein Shelter gebaut. Nicht schlecht. Ja. 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 Da drinnen schaut es einmal wieder so richtig urig aus. Komplett naturbelassen. Das war echt top quasi. Ja, gefällt mir sehr gut. Ich wusste eigentlich noch gar nicht so richtig, wo ich hin soll zu meinem Lager an die Donau. Ja, da ist es etwas zügig. Und ich dachte mir jetzt hier hinten war ich schon einmal. Da ist ein Tisch mit Bankerl. Das wäre eigentlich optimal. Da könnte ich mein Mittagessen genehmigen. Ja, vielleicht ist mein Bankerl auch gar nicht da. Aber da lasse ich mich jetzt ganz einfach einmal überraschen. Ich habe da noch bis 800 Metern bis dorthin. Dann sehe ich das eh gleich. Ja, die Bank steht noch da. Super. Da werden wir jetzt einmal essen. Aber vorher schauen wir noch einmal, ob wir einen schönen Ausblick von da haben. Ja, Freunde. Die Stimmung muss ich euch einmal zeigen. Die ist ja gewaltig. Einfach nur super. Schade, dass hier nicht mehr Nebel ist. Das käme noch viel besser. Und jetzt auch noch die andere Seite. Echt top. Ja, hier haben die Tiere auch schon gewütet. Aber das ist egal. Jetzt legen wir mal ab. Jetzt habe ich schon einen Hunger. Brauche ich meinen Hocker heute nicht, meinen Dreibeiner. Ja, packen wir einmal aus. Schauen wir mal, was wir alles dabei haben. Wie gesagt, ich habe heute Spakete dabei. Ich mache mir eine Tasse. Dann machen wir einmal alles aus, was da herinnen ist. Ich habe auch heute wieder meinen Optimus Sphere dabei. Bei den Temperaturen ist das Täler schließlich optimal. So, nun werden wir das Täler vorheizen. Da habe ich mir solche Pipetten geholt. Die sind optimal. Vielleicht brauchen wir noch ein zweites Mal. Schauen wir dann, wie weit wir kommen. Mit einmal vorheizen. Das funktioniert. Das funktioniert schon. Das funktioniert schon. Ja, das schaut gut aus. Jetzt schmeckt mir mal ein paar Wiesebein auf. Das sieht ja schon ganz gut aus. Ich muss so ein bisschen zurückdrehen. Na ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Ich muss so ein bisschen zurückdrehen. Ja, habe ich jetzt etwas auskühlen lassen. Schauen wir mal. Ich kenne die Spaghetti. Ich mache mir die öfters in der Arbeit. Die sind wirklich spitze. Ja. Das warme tut hier natürlich besonders gut. Ich schalte jetzt ab, esse hier mal in Ruhe fertig und dann nehme ich euch wieder dazu, bevor wir das Käfchen machen. Also, bis gleich, Freunde. So, fertig gegessen habe ich. Leer. Und jetzt gibt es meine Käfchen. Ja, hier dampft es schon. Mein Käfchen ist fertig. Super. Ja, Freunde. Der erste Gruß geht wieder an alle Kranken und die nicht raus können. Das ist mal für euch, Freunde. Prost. Top. Ich wünsche euch weiterhin das Allerbeste. Diejenigen, die frisch krank geworden sind, baldige Besserung. Denen, die schon am Weg der Besserung sind, wünsche ich, dass ihr auch bald wieder rauskommt. Und dieser Schluck geht an alle Restlichen, die zum Glück gesund sind. Prost, Freunde. Ja, wieder einmal top. Was soll ich sagen. Eine Bialetti ist halt die Bialetti. Ja, nun ist es soweit. Und ich werde schön langsam mit alles anlegen. Und das geht Richtung nach Hause. Und in dem Sinn können wir getrost weitergehen. In dem Sinn gehen wir Burschen. Ja, dann bin ich wieder am Weg zum Auto retour. Ich muss sagen, es beißt schön die Kälte. Das merkt man jetzt schon. Und die habe ich nicht dabei, so eineinhalb, zwei Kilometer. Dann bin ich wieder beim Auto. Ja, Freunde. Ich habe es geschafft. Ich bin fast wieder beim Auto. Ich habe auch noch Glück. Jetzt fängt es gerade an zu regnen. Es wird auch schon finster. Es ist jetzt 16.10 Uhr. Und in dem Sinn kann ich mich bei euch noch wieder bedanken, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Schönes Wochenende. Schönen Urlaub oder sonstiges. Und in dem Sinn sehr was die Mahlen und vier teichte Buben. Schönes Wochenende.